Moin Moin und Willkommen zu unserem letzten Video aus dem Villages Nature fürs Jahr 2018. Wie wir euch ja im letzten Apartment Video gesagt haben, mussten wir einmal umziehen, da die Schließanlage unserer alten Wohnung nicht richtig funktionierte und wir nicht mehr reinkamen. So im Nachhinein sind wir gar nicht böse drum, denn wir haben hier ein 4-Personen-Apartment bekommen und es gegen unser altes 2-Personen-Apartment eingetauscht. Das heißt, wir sind eine Etage höher und man hat aus der Willpool-Badewanne einen viel, viel besseren Blick und das Wohnzimmer ist auch sehr viel größer als unser altes. Diese Terrasse hier ist nur eine von insgesamt zwei Terrassen. Die zweite Terrasse befindet sich oben auf dem Dach. Wenn wir jetzt die Treppen hochsteigen, werfen wir noch kurz einen Blick hinunter auf unsere alte Terrasse oder klimmen dann die Stufen zur Dachterrasse. Und was sagt ihr zu diesem Ausblick? Wie geht's noch? Wie geht's noch? Er ist die nächste Seite? Well, wir sind in der Zwischenzeitkuchen und wie wir sind es in der Zwischenzeitkuchen. wieder zurück in der wohnung möchte ich euch auch noch den oberen teil der wohnung zeigen und deshalb gehen wir diese treppe noch einmal nach oben hier befindet sich noch ein schlafzimmer und das bad wenn man links abbiegt kommt man ins zweite schlafzimmer mit zwei einzelbetten und einem kleinen regal für sachen im bad in das wir jetzt gehen beachtet bitte diese riesige wäscheleine in der dusche hier soll die wäsche für vier personen getrocknet werden weil ein wäsche ständer gibt es in dieser wohnung nicht